Herzlich Willkommen Leute zu diesem weiteren Part Yoshi's Crafted World. Wie ihr seht, wir haben gestern nochmal alle Björns gesammelt, beziehungsweise Patty und ich haben das gestern zusammen nochmal gemacht hier bei mir. 43 waren es jetzt und dafür bekommen wir dann auch eins von den fehlenden Outfits, den Barrikaton. Sehr gut auf jeden Fall und was jetzt noch in diesem Part folgt, ist dann, dass wir alle Kunstwerke, die es noch im Game gab, komplett gesammelt haben. Heißt, im nächsten Part geht es nur noch weiter mit diesen neuen Boss-Versionen und mit dem allerletzten Level. Also, viel Spaß mit dem Video. 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 und wieder, viel Spaß mit dem Video. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020